Das hier ist ein Hidja. Was soll das Kopftuch? Wahrscheinlich muss sie das tragen. Ist das eine Terroristin? Bestimmt ist sie voll still und schüchtern. Weißt du, die Leute trugen immer so, dass sie Arme hätten vom Islam oder... Eigentlich haben sie gar keinen Schimmel. Gib ich hier nicht. Für einen Wabla bist du eigentlich ganz süß. Jonas ist kein schlechter Mensch, verstehe mich nicht falsch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das Richtige ist für jemanden wie dich. Wenn meine Älteren das mitkriegen, dann bin ich am Arsch. Verstehst du? Ich versuche nur die ganze Zeit nicht zu verstehen. Gerhard Steve Werner Vierer Leaden